Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vorflugheit und Wissen von Toleranz und Glückwünsche. Ohne Menschlichkeit und Wissen ist unser Dasein im Lebensjahr. Die Europane und Radio haben uns dann nachher gefangen. Die Weltkirchen haben eine Brücke geschlagen, um Menschen zu mit. Die ersten und eine alle passende Güterlichkeiten, die alle eins werden. Wer junger Mensch taucht, der in einem Augenblick meine Stimme schafft. Wer junger Verzweifelte hat, auch meines Systems, das er sich vorhin klarer gemacht hat, um die Menschen zu kremen, um den Kippen zu lehnen. Allen denen, die mich jetzt hören, sind wichtig, ihr dürft nicht verzweifeln. Auch das bitte den Einfassbruch der Kommunisten ist, aber Gäste auch. Die Weltkirchen, die Menschlichkeit, der Füße, der nicht immer da sein, ihre Grausamkeit stirbt, mit ihnen und auch der Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen verloren haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es gut und fehlen kostet, die Freiheit ist kein Unfall. Die Freiheit, die sie den Menschen verloren haben, wird ihnen dann zurückgegeben. Die Freiheit, die sie den Menschen verloren haben, wird ihnen dann zurückgegeben. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vielen Dank.